Die Überfahrt Vincente verließ die Autobahn bei Rometta. Von dort fuhren wir auf einer Landstraße durch eine Reihe kleiner Dörfer. Die Sonne hing tiefer über dem Mittelmeer. Es war später Nachmittag. Die Straße war staubig und die Dörfer wurden immer kleiner. Hier und dort standen einzelne Häuser zwischen Asphalt und Strand. Wo sind wir? fragte ich. Siehst du das? sagte Vincente und zeigte auf einen rot-weißen Hochspannungsmast am Horizont. Ja, sagte ich. Was ist das? Torre Faro, sagte Vincente. Ein kleines Fischerdorf und die nordöstlichste Ecke von Sizilien. Wir fuhren weiter über kleine Straßen, vorbei an flachen Häusern, durch schmale Gassen, den Mast immer vor Augen. Nach knapp einer halben Stunde Fahrt parkte Vincente den Wagen am Ufer. Wir stiegen aus. Seht ihr die Berge dort? fragte Vincente und zeigte über das Meer. Wir nickten. Das ist Kalabrien, sagte er. Italienisches Festland. Wow! sagte Elisabeth. So nah? Ja, sagte Vincente. Die Straße von Messina ist hier sehr schmal. Knapp drei Kilometer. Und wie geht es jetzt weiter? fragte ich und schaute mich um. Mit dem Schlauchboot? Bist du verrückt? sagte Vincente. Es sind vielleicht nur drei Kilometer, Aber die Küstenwache patrouilliert auch hier Tag und Nacht. Mein Onkel nahm sein Telefon und wählte eine Nummer. Wir sind hier, sagte er und legte auf. Dann gingen wir auf einen Steg. Die Dämmerung hatte bereits begonnen. Die Sonne glitzerte auf dem Meer und die Berge von Kalabrien glühten rötlich. Fadir schaute mit festem Blick auf das Festland. Es schien so nah und doch so fern. Wir warteten eine Weile. Niemand sagte ein Wort. Es wurde langsam dunkler. In der Ferne hörten wir einen Dieselmotor. Da sahen wir ein kleines Fischerboot. Es näherte sich langsam der Küste. Okay, sagte Vincente. Seid ihr bereit? Für was? sagte ich. Das ist Marcello, sagte Vincente und zeigte auf das Fischerboot. Ein alter Freund. Er nimmt sie mit. Und was ist mit der Küstenwache? Fragte Elisabeth. Marcello wohnt in Kalabrien. Aber er hat Familie hier in Torre Faro. Er fährt jede Woche mehrmals hin und her. Jeder kennt ihn. Onkel, sagte ich. Du bist ein Genie. Vincente hob den Zeigefinger und sagte, es ist trotzdem nicht ganz ungefährlich. Wenn die Küstenwache Fadir entdeckt, kommt Marcello ins Gefängnis und unsere syrische Freundin in ein Lager. Kein kleines Risiko für deinen Freund, sagte Elisabeth. Ich habe ihm vor vielen Jahren einen Gefallen getan, sagte Vincente. Lange Geschichte. Das Boot kam immer näher. Schnell, sagte er. Hol die Sachen aus dem Kofferraum. Ich brachte die Reisetasche, das Wasser und die Müllsäcke ans Ufer. Anziehen, sagte Vincente zu Fadir und zeigte auf die Müllsäcke. Fadir schien verwirrt. Was meinst du mit anziehen? fragte Elisabeth. Das Boot ist sehr klein, erklärte Vincente. Marcello wird Fadir im Ufer. Unterdeck verstecken. Aber wozu die Müllsäcke? fragte ich. Vincente seufzte und sagte, Marcello ist ein Fischer, richtig? Ich nickte. Und was hat ein Fischer an Bord? fragte er. Äh, Fische? fragte ich. Bingo! rief Vincente. Fadir muss das Unterdeck leider mit einer Tonne Sardinen und Makrelen teilen. Oh, sagte ich. Elisabeth übersetzte. Fadir nickte. Ich riss ein paar Löcher in die Müllsäcke. Langsam zog Fadir das schwarze Plastik über Arme, Beine und Oberkörper. Ich packte ein paar Flaschen Wasser in die Reisetasche. Wenige Minuten später legte das Boot an. Marcello war ein Mann mittleren Alters mit dunkelbrauner Haut, grauem Haar und einem kühlen Blick. Er begrüßte meinen Onkel mit einem kurzen Händedruck. Fadir nahm die Reisetasche in die Hand. Sie schaute ängstlich auf das kleine Boot. Der Himmel war dunkelrot und das Meer schimmerte wie ein Ölteppich. Keine Angst, sagte Vincente in gebrochenem Englisch. Marcello ist dein guter Freund. Fadir umarmte Elisabeth und sagte etwas auf Arabisch. Elisabeth lächelte. Dann stieg sie ins Boot. Schreib uns eine SMS, wenn du angekommen bist, sagte ich. Fadir nickte und drehte sich um. Moment, rief Vincente. Er rannte zum Auto und kam mit einem kleinen Päckchen zurück. Er war außer Atem. Die Cannoli, rief er und gab Fadir das Päckchen. Sie lächelte. Marcello öffnete eine Luke. Ein schrecklicher Geruch kam aus dem Unterdeck. Fadir winkte ein letztes Mal und stieg stoisch hinein. Dann ging alles sehr schnell. Marcello legte ab und startete den Motor. Wir starten auf das Licht des Fischerboots, bis es in der Dunkelheit verschwunden war. Dann sagte Vincente, So Kinder, Zeit zum Abendessen. ganzen, bis es in der Dunkelheit nicht mehr ausgerissen wird. da ist eine derart ist ein Die Sonne, die Sonne haben und die Sonne beenden. Die Sonne ist ein das Ersteuer, und der erste Szenier, dann können wir hierher an und die Sonne gehen. Vielen Dank.